Und dann sind wir auch schon soweit. Christian, wie läuft es bei euch im Quarantäne-Trainingslager und wie geht ihr in das Spiel am Samstag? Ja, hallo zunächst mal, auch von meiner Seite. Ich fühle mich so ein bisschen wie in einem Airbus mit den Kopfhörern, aber besondere Situation, auch besondere PK. Wir genießen aktuell, glaube ich, eine sehr, sehr gute Trainingswoche. Top-Bedingungen hier auf der Sportschule. Ich kenne es von meiner aktiven Zeit von früher noch. Plätze top, Essen sehr, sehr gut, die Zimmer gut. Von dem her hat mich es nicht überrascht, dass das Training auch gut war, bisher die ersten Tage. Und ja, wir haben jetzt heute Morgen nochmal einen Ticken langsamer gemacht, fahren morgen nochmal hoch und dann freuen wir uns auf Samstag, dass es endlich losgeht. Es war jetzt eine kurze Übergangsphase vom Kleingruppen ins Mannschaftstraining. Aber auch das haben wir so hingenommen, wie es ist. Und die Vorfreude ist jetzt da bei all den Dingen, die drumherum noch passiert sind. Und deswegen wird es Zeit, dass es Samstag 13 Uhr wird. Ich versuche es chronologisch zu beantworten. Also wir haben jetzt Pi mal Daumen, dreimal elf gegen elf gespielt. Einmal als Einstieg wieder direkt nach der Umstellung auf Mannschaftstraining. Dazu haben wir jetzt mal zwei längere Blöcke, auch zeitlich gespielt, die relativ nahe an die volle Spielzeit rangekommen sind. Final werde ich die Frage nicht beantworten können. Das wird mein Kollege aus Darmstadt, glaube ich, auch nicht können. Das wird der kommende Samstag zumindest eine erste Andeutung geben, was die kommenden Wochen angehen. Ich bin aber frohen Mutes. Wir haben die Kleingruppenphase extrem dafür genutzt, um athletisch und läuferisch immer wieder einen Akzent zu setzen. Um Spielern eine Möglichkeit zu geben, gewisse Defizite aufzuarbeiten. Inwieweit es dem einzelnen Spieler gelungen ist und der kompletten Mannschaft, zeigt sich am Samstag. Ich habe der Mannschaft aber schon mehrmals angedeutet, dass sie stark sein muss. Dass es Phasen geben wird, wo der Gegner vielleicht mal mehr die Kugel hat. Wo wir Kraft sammeln müssen. In Phasen aber auch mal die Kugel haben werden, um da Luft zu holen, um den nächsten Angriff zu starten. Es wird viel, viel mehr darauf ankommen, mit Kopf zu spielen. Mit Kopf zu spielen bedeutet auch, wann nehme ich mir mal eine Pause, wann mache ich ein Spiel schnell. Und die Mannschaft, die das am besten hinbekommt, wird am Samstag das Spiel als Sieger verlassen. Das war bis vor ein, zwei Tagen gar kein Thema. Man muss ja immer wieder dazu sagen, es ist ja jetzt eine Woche her ungefähr, dass wir erfahren haben, dass wir wieder ins Mannschaftstraining dürfen, beziehungsweise dann auch mit der Schnelligkeit des Übergangs zum Spielbetrieb. Ich habe auch die ein oder andere Aussage von Experten gehört, dass es wilde Ergebnisse geben wird. Jetzt habe ich ein anderer Ton drauf. Sorry, jetzt ist er wieder weg. Ich habe von vielen Experten gehört, dass es wilde Ergebnisse geben wird. Dass es die Tabelle durcheinanderwirbelt. Also um auf Ihre Frage zu antworten, Darmstadt hat immer noch den gleichen Kader. Ich glaube nicht, dass mein Kollege jetzt die Mannschaft völlig wild durcheinandergewürfelt hat. Zumindest erwarte ich es nicht. Also insofern glaube ich schon, dass wir uns einigermaßen auf den Gegner vorbereiten können. Das wird aber nicht mehr und nicht weniger sein, als vor anderen Spielen auch. Und von dem her, wir kennen den Gegner gut, der Gegner kennt uns gut. Wir haben ja schon ein paar Spiele gegeneinander gespielt dieses Jahr, zusätzlich noch das Pokalspiel. Insofern glaube ich, können wir das ganz gut in den Griff kriegen. Nochmal, ich mag es nicht, in diesen Extremen zu denken, denn diese Voraussetzungen hat jede Mannschaft gleich. Das heißt, klar, Darmstadt ist eher im gesicherten Bereich. Auf die trifft diese Alles-oder-nichts-Geschichte jetzt vielleicht nicht so zu wie auf uns. Aber wir sollten das alles auch nicht so wichtig machen, sondern das ist ein Fußballspiel. Und das hat die DFL entschieden, dass es losgeht. Und wir sind uns der Situation bewusst. Und ich bin mir vor allem der Situation bewusst, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, an keinem der kommenden Spieltage vielleicht eine der letzten beiden Plätze einzunehmen, nachdem ich diese Woche die Zeitung gelesen habe. Deswegen tun wir gut daran, am Samstag anfangen zu punkten. Und völlig unabhängig, was da wann, wie und wo nochmal abgestimmt wird, falls es doch noch zu einem Abbrauch kommt. Ich habe mich nur mit der Mannschaft beschäftigt. Und die Mannschaft wird unabhängig von sonstigen Fragen versuchen, am Samstag die Punkte in Karlsruhe zu behalten. Ich glaube, dass wir in der Phase, in der Zlatan und ich die Mannschaft jetzt unter unseren Fittichen hatten, glaube ich, bis auf den einen oder anderen Spieler, der a verletzt war oder b halt dann tatsächlich auch nicht zum Einsatz kam, versucht haben, alle wieder ins Boot zu holen. Als Trainer hat man sich in so einer Corona-Pause, wenn man sich mal zu viert mit Spielern beschäftigt, doch sehr, sehr kreativ gezeigt und konnte viel, viel intensiver mit dem einen oder anderen auch an Defiziten oder auch an Stärken arbeiten. Und demzufolge ist es wie in einer normalen Trainingswoche. Es haben sich Spieler auch bei mir in einer etwas ungewohnten Trainingsstärke, in einer ungewohnten Trainingssituation versucht, den Anschluss wieder zu schaffen. Und der ein oder andere hat es geschafft. Und deswegen ist es wie vor jedem Spiel durchaus eine Möglichkeit gegeben, dass die Mannschaft anders aussehen wird, wie in Heidenheim oder die Tage davor. Wir haben ja zwei gesperrte Spieler am Wochenende. Insofern wird die Mannschaft im Vergleich zu Heidenheim sowieso in der Anfangsformation zwei andere Spieler sehen. Naja, es gab ja Spieler, die haben vorher gespielt und haben dann beispielsweise bei mir jetzt mal den ersten Block, den wir hatten, weniger oder gar nicht gespielt, obwohl sie vorher Einsätze hatten. Und diese Bewegung könnte es ja auch wieder in die andere Richtung geben. Demzufolge ist das natürlich eine subjektive Sichtweise. Es kann durchaus sein, dass die Aufstellung am Samstag für euch im Stadion, für den der da sein wird, vielleicht ein Durcheinanderwürfeln darstellt. Ich kann immer wieder nur sagen, dass ich den Versuch starte, jede Woche, die elf auf den Platz zu kriegen, von denen ich überzeugt davon bin, dass sie dem KSC an dem Tag am meisten helfen können. David hat jetzt das Training wieder aufgenommen. Jetzt müssen wir schauen, wie er das verkraftet. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass David auch jetzt mal eine Woche oder neun Tage draußen war. Das hört sich grundsätzlich nicht viel an, weil David relativ schnell wieder sein Fitnesslevel erreicht. Aber er hat jetzt auch das ein oder andere Mannschaftstraining versäumt gehabt. Von dem her müssen wir schauen, wie er diese Spielbelastung jetzt in der Woche weggesteckt hat, was sein Körper rückmeldet. Und dann werden wir schauen, falls David es nicht schafft, was wir auf dieser Position, beziehungsweise in der taktischen Grundordnung dann machen, weil wir haben in Anführungszeichen nur drei Gelernte auf dieser Position. Ja, also ich kenne ihn im Detail jetzt noch nicht. Ich habe ihn absichtlich so weit, wie es geht, weggeschoben, weil da noch ein paar Dinge, glaube ich, auf mich zukommen. Wir werden wie früher in der Jugend jeder nicht mit den Eltern, sondern selber am PKW zum Stadion anreisen. Es werden logischerweise nur die Spieler dann auch im Stadion sich befinden, die Teil des Kaders sind. Und ja, so viel ich weiß, gibt es kein Einlaufen. Es gibt kein Handshake. Also es ist wie früher beim Antalya Cup, den ich immer gespielt habe in Belek. Man fängt einfach an und spielt. Und ja, wer diese Bedingungen am besten annimmt, der wird dieses Spiel auch siegreich für sich beenden. Für mich bedeutet das scheinbar Mundschutz am Spielfeld. Ja, ich habe das jetzt vorher nicht getestet. Und von dem her lasse ich das auf mich zukommen, wie sich das in der Praxis zeigt. Ja, ich glaube, da gab es auch Aussagen wie der Corona-Zeit genauso. Die einen waren ein bisschen positiver, die anderen negativer gestimmt. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie die Freiburger. Also ich habe in meiner Karriere Spieler als Mitspieler gehabt. Die waren halt zwangsläufig öfters verletzt, weil der Körper vielleicht nicht immer vor 90 Minuten präpariert war. Und da gab es aber auch Spieler, die konntest du nach sechs Wochen holen. Die haben direkt aufs Tor geschossen, die haben sich nicht verletzt. Und so sehe ich es aktuell auch. Wir haben sehr, sehr intensiv trainiert, auch wenn es nur zu viert war. Ich habe auch keine Unterschiede, auch keine Vergleiche, ob es besser ist zu acht oder zu zwölf, wie das manche ja ab und zu selbstständig getätigt haben. Von dem her lasse ich das alles auf mich zukommen. Ich glaube, dass meine Jungs fit sind. Ich glaube, dass meine Jungs bereit sind, am Samstag auch an die Leistungsgrenze gehen zu können. Und wenn es dann so kommt, dann beschäftige ich mich mit der neuen Situation. Aber ich habe in meinem Leben und vor allen Dingen in meiner kurzen Zeit als Trainer mir abgewöhnt, über Dinge Gedanken zu machen, die noch nicht passiert sind. Wenn ich das auch noch anfange hier, dann habe ich relativ wenig Zeit für andere Dinge. Ich habe das natürlich angesprochen, aber auch da eher handlungsorientiert. Es gibt in jedem Kader Spieler, die brauchen die Zuschauer. Also die brauchen das fürs Umschalten, die brauchen das, um nochmal Gas zu geben. Die brauchen es auch für ihren Kopf, um klar zu sein. Die sind gestrafft, wenn es losgeht. Denen muss man das klar vor Augen führen. Und das haben wir versucht, im Training zu simulieren. Leider haben wir es nicht geschafft, dass wir mal ins Stadion durften. Das wäre der finale Test für mich eigentlich ganz gern gewesen, um das dann einmal eins zu eins zu simulieren, wie das auch Kollegen getan haben in Trikots und mit Tormusik. Das ist leider nicht ganz so einfach. Und ja, von dem her wird es sicherlich aber auch Spieler geben, die sich vielleicht ein Stück weit auch leichter tun. In jeder Mannschaft übrigens. Wenn vielleicht nicht gepfiffen wird, wenn mal eine Flanke hinter das Tor kommt. Also da macht es die Mischung. Und ich bin selber gespannt, wie die einzelnen Mannschaften damit am besten zurechtkommen am Wochenende. Ja, wir haben das der Mannschaft vorhin kurz auf dem Platz mitgeteilt. Ja, ich glaube, das ist wie mit allen Dingen im Leben. Der eine geht jetzt ins Zimmer, macht sich darüber Gedanken. Es wird sich sicherlich beim Essen im Zweiertisch oder am Zweiertisch nochmal ausgetauscht darüber. Ich glaube, die Mannschaft ist jetzt extrem fokussiert gewesen. Die letzten Tage auf den Samstag. Sie fährt so langsam hoch. Sie hat es seitlich immer mitgenommen. Immer mit einer gewissen Informationsgeschichte von meiner Seite aus. Aber ich glaube, wir tun alle sehr, sehr gut daran, wenn wir das trennen. Und weil wenn wir uns doch anfangen, mit diesen anderen Dingen zu beschäftigen, verlieren wir den Fokus. Und wir sind in einer Situation, wo wir alles daran setzen müssen, am Samstag uns auf den Sport zu konzentrieren. Und die Mannschaft wird dazu bereit sein. Also vor allen Dingen mal vordergründig die beiden Spieler, die hier nicht im Camp sind. Das ist Gyeong-Rok Choi, der riesengroße Fortschritte macht mit seinem Kreuzbandriss. Und Babaka J, den Probleme am Knöchel plagen. Die beiden Spieler haben wir auch gar nicht mit hier in der Sportschule dabei gehabt. Burak Kamoglu wird sicherlich noch ausfallen, der immer noch so ein bisschen unter den Nachwehen seiner Blinddarm-OP zu leiden hat. Justin Möbius hatte auch an Tag 1 Probleme mit seiner Schulter, auf die er gefallen ist. Da müssen wir jetzt auch von Tag zu Tag schauen. Ansonsten habe ich alle Mann an Bord. Ich habe noch drei U19-Spieler, die ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben die letzten Tage. Da muss man auch immer wieder sagen, die Jungs sind praktisch aus der Kalten jetzt zu uns dazugekommen. Und ja, Marlon Dinger, der die Innenverteidiger-Position diese Woche begleitet hat, hat das hervorragend gemacht. Also auch da schauen wir, dass wir die jungen Spieler direkt mit einbinden und notfalls auch wissen, dass wir sie ins kalte Wasser werfen können. Es ist sicherlich keine einfache Situation für Dynamo Dresden. Vor allen Dingen bin ich jetzt nicht genau im Bilde, wie schnell sie wieder spielen müssen. Das müssen die Verantwortlichen mit der DFL klären. Das ist nicht meine Baustelle. Aber das war immer wieder Thema die letzten Wochen, dass manche Bundesländer zu viert die Freigabe erteilt haben oder zu fünft, manche zu acht. Ich kenne mich ja auch ein bisschen aus in Deutschland und habe Kontakte. Da gab es dann auch mal Zwölfergruppen. Es ist, wie es ist. Wir fangen an am Samstag. Ihr werdet von mir kein Jammern und keine unterschiedliche Wettbewerbsverzerrung hören. Weil das interessiert mich nicht. Am Samstag um 13 Uhr schaue ich, dass ich elf topfitte Spieler aufs Spielfeld schicke. Und alle anderen Dinge müssen die Verantwortlichen klären, in der Hoffnung, dass es da vernünftige Lösungen gibt. Und da bin ich aber froh und mutig. Jan 4, Jan 5, Jan 5, Jan 6, 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 Jan 7, Studio 23, Jan 7, Brasilien,